Okantiv Xavi wütet über Nord- und Ostdeutschland und bringt einige Bäume wie hier bei Wismar zum Umsturz. Da steht nicht mehr viel und die Böen waren extrem. Auf der Schneekoppe im Riesengebirge in Polen 202 Kilometer pro Stunde. Das haben wir nicht oft in Europa. Brocken auf dem Harz 176 und auch im Flachland. Berlin am Flughafen Schönefeld 122, auch in Holzdorf in Brandenburg und List auf Sylt. Bei 122 Stundenkilometer und belaubten Bäumen, da bleibt eben leider nicht mehr viel stehen und deswegen auch die extremen Schäden. Schauen wir aber jetzt mal auf Singen. Die Ruhe nach dem Sturm, aber ganz vorbei ist es leider noch nicht. In der Nacht auf Samstag haben wir an der Nordsee immer noch einzelne Sturmböen. Ansonsten aber sieht es sehr viel entspannter aus. An den Alpen schneit es bis 12, 1300 Meter mal hinunter. Also hier wird es weiß in den Hochlagen. Ansonsten sind es nur einzelne Schauer. Meist sogar trockenes Wetter bis drei Grad im Süden, sonst um zehn Grad. Und morgen dann die Lage im Süden. Ein Hochkalter Rhein kommt. Ansonsten ist es weiter Tiefdruck geprägt und deswegen im Norden auch Schauer bzw. Regen, der vorbeizieht. Wir sehen es hier in Norddeutschland. Regen im Süden ist es freundlicher und auch am Nachmittag ist es ganz im Süden noch schön. Während der Norden vom Regen eingedeckt wird. Temperaturen bis 17 Grad im Süden, sonst 10 bis 15 Grad. Der Wind ist kurzfristig mal etwas schwächer. Aber dann geht es schon wieder los hier über Polen an der polnischen Ostseeküste. Sturm, das könnte noch bis Usedom reichen. Sonst haben wir am Sonntag keine Gefahr in Deutschland. Was den Sturm angeht, allerdings drücken wieder Schauer rein und die drücken gegen die Alpen. Da regnet es wieder am längsten. Also dann umgekehrtes Wetter im Süden. Schlecht und regnerisch im Norden schön. Und dann gucken wir noch auf den Montag. Da ändert sich nicht viel. Wieder ein Schauerwetter, nur ganz vereinzelt Sonne und die Temperaturen recht kühl.